das wird nachhaltig das ist ja einfach du bleibst stehen hier weitaus bessere taktiker als du dafür braucht man eben der ich liebe dieses dieses holo wie wer das ist ja der hat uns jetzt leicht erwischt wo war der wo war der ach da so und gleich noch mal solange er sich nicht wehrt kaputt der hält raus das ist ja ein wahnsinn so bereich gesäuert und dann können wir hier gleich die energiezellen wieder mitnehmen so und du darfst jetzt auch wieder hinterher kommen wieso greifst du eigentlich immer mit dem messer an hier haben wir hier was die haben wir doch auf nicht meine stärke aber ja sollten wir beide tun ja fernkampf passt doch so da gehen wir mal da rein und da haben wir eine falle nicht nur eine du bleibst doch mal nicht ich rühre mich hier stehen so und dann haben wir hier auch noch ja jawohl so da haben wir noch mikrofusionszellen die brauchen wir eh und dann den computer die geschützturm geschützturm steuerung ja wir haben es zwar schon aber ähm spielt im grunde genommen auch keine rolle da nämlich ich hier wieder ein paar erfahrungspunkte bekommen vorausgesetzt ich finde hier ein paar einträge so wo haben wir denn wieder was haben wir hier noch was das sollte doch eigentlich passen das passt ähm passt hier sonst noch was ne 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 ähm soweit ein paar haben wir ja gefunden drei wieviel? drei stück haben wir gefunden ah da noch ein vierter so dann probieren wir es einfach mal okay ne dann nehmen wir mal tracks auch nicht oh Gott oh Gott Sonics ne das kann es nicht sein doch voll ha 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 ach der Meisterhacker ich hab die GIS gehackt alles dazu so Achtung keine Zieldaten geschützturm deaktivieren ja haben wir doch schon gut ein paar erfahrungspunkte hat uns auch gebracht und ein paar Minen und du kommst wieder hinterher so das hologewehr das ist wirklich das Teil ist echt verdammt gut muss ich muss ich mal lassen jetzt wo man auch mal gegen normale Gegner hier antreten kann muss ich schon zugeben muss ich schon zugeben das räumt anständig auf hier so oh okay falschweil ach man haben wir da was drin da haben wir noch was drin so Tür öffnen speichern mal wieder ah hier ging es weiter genau ne wir müssen doch mal rauf das ist nämlich der Weg wo es weiter geht und da unten können wir noch ein bisschen plündern so da haben wir nicht noch ein paar nette dinge nein 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 was haben wir denn hier nein Stangezigaretten brauchen wir nicht so nein so da haben wir schon wieder was gehört aber das war nicht hier ne weiß ich doch öffnen Sack so da haben wir aufbereitetes Wasser das nehmen wir mal mit und den Eihörnchen Eintopf den nehmen wir auch mal mit das könnte nämlich jetzt ein paar da da auf die habe ich spekuliert die Impulsgranaten und den Save den werden wir auch mal schnell knacken oh gleich bricht es ja so da haben wir Impulsgranaten, Impulsgranaten, Impulsmine Korken vor Kriegsgeld jawohl genau auf das habe ich jetzt spekuliert denn die sind ja wie wir alle wissen gegen Roboter sehr effektiv beziehungsweise gegen alles was elektronisch ist so und wir haben Durst da werden wir uns gleich mal drum kümmern hier aber wir haben eh genug so speichern wir nochmal und wo sofort nachladen haben wir noch einen haben wir noch einen da holen wir uns wieder den Akku raus leerer Koffer und und ja kannst du schon mal auspacken hier das Gewehr und hier werden wir jetzt mal eine Impulsgranate ein glorreicher Tag für die US Army hoch ein Mr. Guzzi so ja hat wieder mal sehr gut funktioniert besonders diese Teile hasse ich also die Mr. Guzzi die Teile halten so verdammt viel aus mit dem Plasma Werfern sind die auch noch extrem stark so Hammer nein brauchen wir nicht da drüben da brauchen wir auch nichts so mal schnell noch durchschauen und was machst du denn hier entkommst du nicht was wo 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 ist er denn ist die Ordnung wiederhergestellt vor der zu erforderlich ach scheiße ich muss wieder mal alle Aufmerksamkeit auf dich lenken hier kein Grund zur Beruhigung Recht und Ordnung werden sogleich wiederhergestellt aufmerksamkeit oh man boom 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 du auch immer für ne scheiße machst so Impulsgranate hier Achtung gefährliche flüchtige Person aufreie Deine Arten lassen wir oh 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 ach okay ach ול ich sehe doch nichts ich sehe gerade überhaupt nichts ach Peter ach was machst du denn So Na Können wir hier wenigstens mal ein bisschen Einsacken hier So Energiezelle Energiezelle Und Energiezelle Ach Boon 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 Oh ne, ich geb's nur das halbe Chaos hier So Kühlschrank Frischer Mais, den nehmen wir immer gerne mit Eichhörnchen an Stiel Lieber Eichhörnchen Und hier gibt's noch Eine verschlossene Tür So So, was haben wir hier alles Mülltonne Hier geht's Wieder raus Gut Und da können wir hier noch kurz die Schreibtische durch Wühlen Da haben wir nix Aber da haben wir was Ah Poseidon Energy Angestellten ID-Karte So, da haben wir noch Wildköpissamen Den können wir auch brauchen Da liegt auch noch einer Und da liegt auch noch Einer So Zur Helios Aussichtsplattform So Da schauen wir hier noch mal In den Kühlschrank Ein Atomcocktail Den nehmen wir natürlich immer gerne Schreibtisch Ich meine In irgendeinem Schreibtisch war noch etwas Ähm Täusche ich mich da jetzt Könnt natürlich sein Dass ich mich hier täusche Aber Gut Wir müssen auf jeden Fall Ach, da sind auch noch Schreibtische Nein Nein Aktenschrank 20 Patronen Die brauchen wir ja natürlich Gut Da haben wir ja die Den Zentralrechner Dieser Zentralrechner reagiert aktuell nicht Die Strommenge Die das Terminal erreicht Scheint nicht ausreichend Gut Das heißt Wir müssen dieses Kabel hier Flicken Hilfsgenerator Reparieren Von mindestens 35 Und ein Stück Altmetall erforderlich Dann brauchen wir hier Altmetall Da war nur ein Klemmbrett drin Aber ich glaube in einem Haben wir hier nicht irgendwo Altmetall In den Robotern war Altmetall Also Dann müssen wir hier nochmal Zurück Zu den Robotern Hier nicht auch Ne 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 Altmetall Jawohl So Das ist Zwei Nichts Das ist Tout Das ist Das ist